Ende Mai war es wieder soweit. Im Vienna Hilton wurde der THI Werbe Grand Prix verliehen, bereits zum 33. Mal. Beim Begrüßungscocktail war trotz bester Stimmung die Spannung zu spüren. Wer würde zu den glücklichen Gewinnern des härtesten und fairesten Wettbewerbs seiner Art zählen? Denn mit guter Werbung kennen sich alle aus, die zur feierlichen Preisverleihung erschienen waren. Ja, ich denke, gute Werbung ist tatsächlich, dass man zum einen eine sehr, sehr gute Idee hat und dann sie auch sehr, sehr gut umsetzt. Gute Werbung muss sehr innovativ, kreativ sein, nicht zu plump und wie gesagt mit einem Augenzwinkern. Der Werbe Grand Prix wird in den Kategorien Print, TV und Radiospots, Websites sowie Online- und Digitalmarketing und Social-Media-Kampagnen ausgetragen. Wie wichtig ist ein Event wie dieser für die Branche? Ganz, ganz wichtig. Also es war gut, dass das hier mittlerweile schon so lange installiert ist, dieser Werbe Grand Prix und das fördert im Prinzip auch die Kreativität. Man merkt dass von Jahr zu Jahr die Themen, die hier behandelt werden und auch die einzelnen Kataloge, Kampagnen sehr, sehr originell sind. Man hat hier immer wieder den Eindruck, jeder ist bemüht, noch besser zu performen und daher sehe ich das als sehr, sehr wichtig an. Gute Werbung für unseren Markt, spezifisch für Indien, ist Film, Filme, Feature-Filmproduktionen. Die helfen uns, einen Nachfrage und einen Bedarf bei den Gästen zu schaffen und Reisetrends zu definieren. Wie wichtig ist ein Event wie dieser für die Branche? Extrem wichtig. Also ich bin in der Außenwirtschaft Austria, der Wirtschaftskammer Österreich, tätig und bin da für die gesamte Kreativwirtschaft zuständig und unter anderem für die Firmenbranche. Und das hat so einen enormen Strahlkraft, also es ist auch für die gesamte Branche, dass es extrem erfreulich ist. Extrem erfreulich auch viele innovative Ideen, die neue Wege beschreiten. Zeit der Veränderungen, dieser globale Trend prägte auch den Werbe Grand Prix 2019. An der Einzigartigkeit des Werbe Grand Prix hat sich nichts geändert. Die Bewertung der eingereichten Exponate und Kampagnen erfolgt sowohl durch eine hochkarätige Fachjury als auch vom wichtigsten Gradmesser für jegliche Werbung, dem Publikum. Die Award-Gewinner durften die begehrte Kristallskultur stolz entgegennehmen. Sie haben in beiden Wertungen, sowohl bei der Fachjury wie auch beim Publikum, mit Abstand am besten abgeschnitten. Ich würde mich jetzt gar nicht festlegen wollen auf eine Kategorie oder ist jetzt klassische Werbung oder online wichtiger, sondern es macht den Media-Mix aus. Für manche Themen ist es klassisch, wo wir immer noch auch im Print-Bereich unterwegs sind, mit Hörfunk, aber dann natürlich auch mit Influencer-Kampagnen gestalten, online, digital, also alles, was die Medienwelt hergibt. Dieses Bewegbild kommt jetzt enorm und dadurch kann man halt die Emotionen noch stärker rüberbringen. Was vorher mit Bildmaterial geschaffen wurde, wird jetzt vor allem sehr stark mit dem Bewegbild geschaffen. Und da sind wir jetzt auch stark dabei. Und ich glaube, in die Richtung kann da wirklich viel passieren, generell in der Marketing-Szene. Also ich bin ein Verfechter, dass beide Linien parallel gefahren werden müssen, weil ich glaube, wir alle können ohne Social Media, ohne online nicht mehr. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, wünscht sich jeder trotzdem diese Auszeit, wo sich vielleicht zurücklehnt in gewissen ausgewählten Momenten und dann sehr wohl Papier gerne zur Hand nimmt und dann eben mit Print arbeitet. Und hinter dem stehe ich und wie gesagt, umso mehr freut mich eben diese Auszeichnung, die das immer wieder für uns auch bestätigt mit den Jahreskatalogen. Na ja, gute Werbung, glaube ich, muss zwei Dinge erfüllen. Sie muss Aufmerksamkeit erregen, aber in positiver Art und Weise. Sympathisch, vielleicht auch leicht selbstironisch, das macht gar nichts, das kommt immer gut an. Und sie muss aber natürlich auch gut verkaufen. Werbung ist kein Selbstzweck. Wir leben in einem Zeitalter, wo ganz offensichtlich übertrieben wird und zu einem Grad, wo man die Werbung im Grunde genommen gar nicht mehr glauben kann, wo es Phantasterei ist. Und wir bemühen uns ganz besonders, authentisch zu sein. Wir hatten in den letzten Jahren ein Comeback, das bringt Kreativität. Das hat sich heuer weiter fortgeführt. Das, was heuer auffallend war, was wir so bei unseren Chiriediskussionen festgestellt haben, dass das viel zitierte Storytelling, das in den letzten Jahren erklärt worden ist, wie wichtig es ist, immer mehr einfließt in die Produktionen, sowohl bei den Katalogen, das haben die Damen vom Forsthof gut sehr schön gebracht mit ihrem Magazin, aber auch bei den TV-Spots, bei den Websites, wo die Gastgeber sich stärker präsentieren, wo Storytelling aus Destinationen stattfindet. Das war heuer der generelle Trend. Man darf also gespannt sein, wohin die Reise führen wird beim THI Werbe Grand Prix 2020.